Epic Und damit ein herzliches Willkommen zu Spectre Ja, ihr kennt ja den neuen Film sicher James Bond, Spectre Und ich dachte mir, ich spiel mal das Spiel zum Filmen Und dieses hat schon sehr schöne Grafiks Man sieht hier auch schon das Logo Ah, Spectre, Trademarkt So, gut, dann lass uns das mal spielen Das Ganze gibt es für den Super Nintendo Ist ja hier gerade erst rausgekommen, Next Gen Und so, ihr wisst Bescheid 1994 So, wir sind auf Ebene 1 oder Level 1 Hier oben sehen wir schon unseren Score Also, wow Ich muss sagen, ich habe keinen Plan von dem Spiel Außer der Geschichte davon Aber gespielt habe ich selbst noch nie Ich weiß nur, dass es das allererste Pseudo-3D Das allererste Pseudo-3D-Spiel war Das erste 3D-Spiel war natürlich für ein N64 Aber hier für ein Super Nintendo Gab es das als erstes Oh, Level 10 Ich bin krass Als erstes Pseudo-3D-Spiel Wo es einem nur so vorkommen sollte Als wäre es 3D Und wir spielen hier eine Art Panzer Wir können auch springen Ein bisschen komischer Panzer Aber hinterfragen wir das mal nicht Wir können Wow Wir springen ja hier Hier Aua Ja, das ganze Spiel wurde damals von den Kritikern in den Himmel gehypt Aber es hat halt keinen Inhalt, wie man sieht Also Jedes Jedes Scheiß Super Mario Ist besser Als dieses Überkrasse 3D-Spiel Aber Es ist 3D